Als die andere Klan verabschiedete und verabschiedete, ein Merchant legte uns zu einer Blut, deren Petale mit Toxin verbringten. Setz die Toxin in eure Haut und du bekommst große und verrückte Macht. Aber diese Macht werden dich in die Schmerz. Schauen wir, was uns nun begegnet, werfen wir einen künstlichen Blick auf die Karte und es geht oben und unten rum. Den Ruinen sind wir entkommen, leider ohne den anderen Ausweg, wie es aussieht. Und dann geht es einmal hier runter und einmal da hoch. Gehen wir erst nach unten und haben einen Nebenquest. Da bin ich jetzt noch mal gespannt, was sie sich ausgedacht haben, gerade mit der neuen Fähigkeit hier. Schicksalsraum. Hüpfen, Ausweichen und Sprinten. Oh je, oh je, oh je. Das wird was geben. Wir kümmern uns erstmal um das hier. Um das hier. Und dann schauen wir, was Sache ist. Da haben wir einen Hebel, der macht das hier auf. Wir haben hier einen Hebel. Da sehen wir nicht so recht, was der macht. Wir haben eine Plattform, die macht das hier auf. Okay. Du machst das auf? Genau. Was haben wir hier? Du machst den auf. Du machst den da auf. Okay. Was ist mit dem ihr so richtig auf sich hat, weiß ich noch nicht. Aha. Es ist offensichtlich, dass wir da nicht klettern können. So, hier haben wir. Hier haben wir. Du machst den da oben. Und was damit. Und hier haben wir noch einen Hebel. Der macht offenbar die Klinge hier weg. Und einen zweiten, der das hier aufmacht. Okay. Was es genau damit auf sich hat, dass die hier offenbar da runter fallen können, weiß ich noch nicht so recht. Okay. Fangen wir von vorne an. Eins nach dem anderen. So. Ausgehen. Nein, ich wollte es nur auswählen, aber okay. Dann ebenso. Gerade noch. Ach, okay. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Wie kriegen wir dich da auf? Das scheint auch über den Hebel hier zu funktionieren. Ach, da geht es noch weiter. Oh Gott. Oh Junge. Was ist denn da los? Okay. Da kommen wir noch nicht durch. Ja. Legen wir den offensichtlichen um? Hm. Okay. Das war mir nicht ersichtlich. Es wird mir aber auch nicht angezeigt, dass der das auslöst. Das ist heftig. Wie ein Detektiv. Gut. Gut. Dann gehen wir hier hoch. Mhm. Wo schieße ich jetzt weit genug oder nicht? Machen wir es lieber auf Nummer sicher. So. Okay, das ist schon mal ausgeschaltet. Und der hier ist offen. Tja. Was mir das jetzt bringen soll, weiß ich nicht so recht. Ich frage mich gerade, ob ich damit diese Schalter hier kaputt machen kann. Hm. Probieren wir es aus. Ist das euer Ernst? Also. Jetzt möchte ich mal kurz festhalten, ja. Das Ding ist niemals so schwer wie ich. Und das Ding ist hier aus dieser Höhe runtergefallen. Ich kann mich erinnern, dass die aus viel geringerer Höhe explodiert sind. Ja. Ja. Das möchte ich nur mal festhalten. Aber ist ja nicht so, dass ich hier nachtrangend bin. Okay. 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 Gut. Das ist schick. So. Wir möchten nicht zerquetscht werden. Hier haben wir einen Hebel. erstmal gucken, was der macht. Der macht das da auf. Wunderbar. Sehr schön. Wir können es uns ja leisten, hier zu rennen. So. Was haben wir hier? Haben wir schon ausgewählt. Was machst du? Machst möglicherweise die Tür da hinten auf. Kann das sein? Ah. Gott sei Dank. Die fliegen jetzt trotzdem weiter? Die fliegen trotzdem weiter. Okay. Kann ich mich eventuell hinter den Dingern hier verstecken? Geht das? Versteck dich! Gott sei Dank. Okay. Das ist... Das ist... Das ist cool. Ähm... Nein! Oh, du le... Oh, nee! Du bist tot! Ich dachte, du hättest es überlebt. Okay, dann noch einmal. Aber das ist schick. So. Gutes Timing ist hier gefragt. Okay. Soviel dazu. Ich verstehe ja nicht, warum er jetzt nur so eine kurze Distanz zurückgelegt hat. Ich meine, am Cursor kannst du ja nicht legen. Ich hätte gedacht, dass dorthin, wo ich ihn hier nicht zeige, dahin bzw. so weit schreitet der voran. Verstecken tut er sich schon mal automatisch. So, wir gehen jetzt hier oben rum. Okay. Nein! Ah! Junge! Junge! Fall doch nicht runter! Fall doch nicht runter! Boah! Hm, da war ich zu ungeduldig. Das war jetzt mein Fehler. Gut, also noch einmal. Aber diesmal klappt das hier. Das kann er nicht angehen. So, jetzt bitte. Ich brauche die Dunkelheit. Meine Konzentration leidet andernfalls. Glücklicherweise weit genug. Nicht zu tief. So, jetzt runter. Sehr schön. Okay. Das hier ist cool gemacht. Etwas anstrengend, aber cool gemacht. Und tot. Nein, wir leben noch. Zum Glück. So. Wie wir wissen, explodieren die ja jetzt nicht. Das wäre jetzt auch nicht gerade klug. Von hier aus wäre schlauer gewesen. Sehr schön. So. Einfach weil wir es können. Und weil es Sinn macht. So, wie war das mit dir hier? Genau. Du machst hier die Zacken raus. Ähm. Explodieren die dann? Und was ist dann? Ah, ich muss rein. Nein! Nein! Oh Gott! Hä? Hä? Das ist nicht euer Ernst. Oder jetzt? Hänge ich dazwischen fest? Ist das euer Ernst? Nein. Tu ich nicht. Wir müssen nicht nochmal alles machen. Das wäre jetzt aber echt... Was ist das denn? Mies. Hä? Was kann ich denn da werfen? Oh. 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 Guckt euch das an. Ich kann hier definieren. Genauso wie wenn ich hier mein Ziel anvisiere. Kann ich definieren, wo ich lande. Eigentlich hätte mir das klar sein müssen. Ich meine, alle anderen funktionieren genauso. Hey, das ist jetzt aber... Ja, ich weiß nicht. Ich glaub da kann ich dem Spiel jetzt keinen Vorwurf machen. Ich glaub da war ja irgendwie zu blöde für. Das ist jetzt aber echt ärgerlich. Oh, das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Da hätte man die ein oder andere Situation echt smarter lösen können. Und dann so'n Scheiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob darauf hingewiesen worden ist. Dann hab ich's nicht mitbekommen. Aber da würde ich mir doch wünschen, dass man darauf hingewiesen wird. Mensch. Auf alles mögliche wird man hier hingewiesen. An sowas. Ach nein, das... Möchte ich doch nicht. Ich muss mal wieder warten, bis es aufgeladen ist. Das wird ein Fall, dass wir's brauchen. Und auf geht's. So, und jetzt lauf. Was ist das hier? Nein, wir sind offenbar schnell genug. Geschafft. Geschafft. Aber ich muss einen letzten Studenten nennen, um die Marken zu bieten. Wir haben die in diesen Nebenquests auf jeden Fall getan. Ich glaub, das hab ich schon oft genug gesagt. Aber angestellt haben wir uns da wieder. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Das ist echt das... Das ist wahrscheinlich das schlimmste Level hier im ganzen Spiel. Oder was das Let's Play zumindest angeht. Ich hoffe, ihr habt Freude an sowas. Gibt ja genug Fehl-Videos. Also wird dafür ein Markt auf jeden Fall vorhanden sein. Neues Ziel. Schlächer an den Stalkern vorbei. Schon wieder. Ja, diesmal können wir das aber besser. Und zwei von denen hier, meine ich, fehlen noch. Ein Blick auf die Karte geworfen. Wir können hier, hier, hier und hier lang. Dann gehen wir doch hoch. Gucken wir uns erstmal oben um. Ich glaube, da geht's dann nämlich nicht mehr weiter. Doch, da geht es weiter, tatsächlich. Ist das eine Verbindung? Das ist eine Verbindung, tatsächlich. Schleich an den Stalkern vorbei. Äh, dann machen wir das doch unten rum. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur für dieses Areal hier gilt. Aber wahrscheinlich schon, wenn da dieses X ist. So. Diesmal stellen wir uns aber geschickt an. Eventuell können wir hier noch den einen oder anderen... Oh, leck mich. Fassen. Toll. Das ist schon das dritte Mal und ich raff's immer noch nicht. Die Typen gehen mir echt auf die Eier. Ja, was ist jetzt? Komm, spring hier auch runter. Guck dir das an, hey. Ein zweiter auch noch. Warum auch nicht? Du gehst runter. Ah, du bist... Ich nehme alles zurück. Das war bescheuerter als bei mir. Nein, nein, ich will nicht rein. Ah, du bist... Ich nehme alles zurück. Ja? Komm, paar Schritte vorwärts. Hehehe. Ich hätte gedacht, er guckt mich nicht zu Gesicht. Aber ich bin leider etwas zu früh zum Stehen gekommen. Okay, da wäre was zum Runterfallen gewesen. Lösen wir lieber aus. Bevor wir noch selber daran krepieren. Ein Artefakt. Wenn die Nacht fällt, ich packe meine Hand und schreue auf die Bandits. Ich töne 10, 20 bevor sie anfangen. Und dann bin ich raus. Und schreue. Und schreue. Die Schuld bleibt in meinem Kopf. Und ich accepte es. Ich schreue, bis ich die Kraft habe, um nach Hause zu gehen. Um schliegen. Und um zu liegen. Die Kresentmune zerbreche. Ich schreue auf den Boden. Und... Ich wünsche den Sand weg. Diese Konfession? Es klingt mehr als ein Tod. Ja, da scheint jemand nicht mit sich im Reinen zu sein. Gehen wir mal hier lang. Schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Nein, 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 Gott! Ich habe ein kurzer Gedächtnis mit dem Fisch. Kann das sein? Gut, ich bin ein wenig erkältet. Aber das ist jetzt auch eigentlich nur eine Ausrede. Ach ja. So ein Mist. Wenn du jetzt da hoch springst, ey. Wie sieht das hier eigentlich aus? Die scheinen nicht gewertet worden zu sein. Boah. Boah. Da oben ist noch irgendwas. Okay. Okay, der ist schon wieder reingelaufen. Das ist echt gerade verwirrend. So, diesmal. Okay. Das wäre einfach nur ein Alternativweg. Naja, gut. Da haben wir noch etwas, das sich offensichtlich selber auslöst. Ich möchte gerne wissen, was hier oben noch ist. Das ist mir nicht ganz ersichtlich. Okay, da geht's weiter. An dem werden wir auf jeden Fall nicht ungesehen vorbeikommen. Werden wir uns wohl von oben anschleichen müssen. So. Wie war das hier genau? Zack. Oh, das ist so klar. Da unten sind wahrscheinlich noch... Ein paar Zacken, die uns heimsuchen. Genau. Diesmal haben wir dran gedacht. Oh, Junge. Wenigstens wirkt dieser Radius hier gerade nicht. Immerhin etwas. Was. So. Jetzt möglichst weit weg. So, komm. Ist da noch ein zweiter? Boah, hey. Also das ist gut zu wissen, dass das so funktioniert. Und der versteckt sich automatisch. Das ist echt angenehm. Wie die einfach aus dem Nichts auftauchen, Mann. Jetzt bitte hier. Nach links. Machen wir mal. So. Aus irgendeinem Grund werden die hier offenbar nicht gewertet. Sehe ich das richtig? Betrug. Da. Das gibt's doch nicht. Da kommt schon noch einer. Das wird jetzt aber echt gerade unangenehm knapp. Oh, komm. Lade dich auf. Lade dich auf. Was hat das hier oben? Mit sich. Auf sich. Da ist auch noch einer. Okay, du bist weg. Ey, wie viele sind das hier unten? Haben die nichts besseres zu tun? Okay, du gehst da hoch. Okay, du gehst da hoch. Ich weiß nicht, warum man die ganzen Banditen engagiert, wenn man solche hier hat. So, jetzt. Äh, warte mal. Was machst du hier? Du löst das hier aus. Okay. Komm. Das ist deine Chance. Wie sieht's aus? Jetzt. Du musst dich nur einmal da hinstellen, Mensch. Junge. Ist das dein Ernst? Natürlich. Ey, wie hast du mich sehen können? Jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Boah, Alter. Das ist echt anstrengend gerade. Es ist schön, aber es ist auch wirklich anstrengend. Nein, das möchte ich nicht. Nein, das möchte ich nicht. Okay. Kommst du jetzt oder nicht? Ich muss dich da irgendwie wegkriegen. Ey, wegen jedem kleinen Mist reagiert ihr. Also bitte. So. Boah. Boah. Ich möchte das hier nicht unbedingt auslösen. Ich möchte das für den anderen aufheben, wenn ich den da irgendwie runterkriege. kannst du dich gerne zusammenfassen. Aber dein Larcher hätte sich da oben nicht wie gewünscht hinstellen zu wollen. Ja. Das hast du richtig erkannt. Danke Das ist nicht cool Da liegt er auf der Lauer Das gibt es nicht Das gibt es nicht Da werden die Zügel nochmal Nein, jetzt dachte ich schon, er hätte sich selber umgebracht Und jetzt hat er mir die Falle weggenommen Die Null Oh, du Pfeife Würde der Jan jetzt sagen, was ist da los? Ja genau, und ihr fällt auch noch zusammen Ist klar Boah, wo muss ich denn überhaupt hin? Ah, okay, nach rechts Also gehe ich nicht nach links hin Da mache ich ja Ewigkeiten rum Boah, jetzt kommst du hier auch noch So, wenn der jetzt hier irgendwie unten ist, gucken wir, dass wir uns darüber teleportiert kriegen Oder hier hinschwingen und dann wegteleportieren Die verfolgen uns ja auch ewig lange So Jetzt aber Na Oder bin ich da noch im Radius? So Zack Und hoch mit dir Aber Flux Es geht nicht höher Boah Muss ich das jetzt echt ernsthaft hinnehmen Das war aber gerade wirklich, wirklich knapp Knapper geht's kaum noch Mehr Glück als Verstand Wie üblich Naja Ist ja nichts Neues Er gewohnt ist Wir müssen hier jetzt auch leider einen Cut machen Naja, okay So that's what his eyes up to Lying to us Hiding his mistakes And trying to make us more like Those things You know what you must do Go back to your master And kill him Ja Diesmal gerade andersrum Naja, im Grunde nicht Ich dachte, hier oben wären die Punkte Das war echt Zum Glück nicht das letzte Level Wir haben noch die Chance, das Gute zum Das zu einem guten Abschluss zu bringen Wollen wir es hoffen Ich bedanke mich den Leuten fürs Zuschauen Und Freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid Bis dann Ich bedanke mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder seid